Wir sind auf die westliche Seite des Mainvierecks gewechselt und kommen unweit von Alzenau zur Wallfahrtskirche Maria vom Rauenwind in Kälber auf. Auf dem neuen Steinaltar der alten gotischen Kapelle schwebt, inmitten einer ebenfalls neuen Kerzenständeanlage, das gotische Gnadenbild. Maria erscheint in einer Mandorla. Leise lächelnd trägt sie ihr göttliches Kind auf dem Arm. Sehenswert ist in der neuen Kirche eine gotische Madonna mit der Traube, sowie in der Gedächtniskapelle eine barocke Pietà. Als im Jahre 1755 die Schwarze Pest Europa bedrohte, gelobte die Aschaffenburger Bürgerschaft einen neuen und schönen Sandkirchenbau, wenn die Seuche an der Stadt vorbeiginge. 1757 konnte die heutige Sandkirche zur Weißen Lilie am Park Schöntal gelegen eingeweiht werden. Das Gnadenbild aus dem frühen 15. Jahrhundert befindet sich seitdem in einem Schrein im Hochaltar. Die ersten Klosterfrauen waren aus der Benediktinerinnenabtei Wächterswinkel in der Rhön in das Tal des Schmerlenbachs gekommen. In Urkunden des 17. Jahrhunderts erhält das Kloster den Beinamen Maria an der Sonne. In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges hatte das Kloster allen Bedrängnissen standgehalten. Die alte Kirche war jedoch so baufällig geworden, dass die junge tatkräftige Äbtissin Maria Engelbertha von Rodenhausen 1758 die vom Einsturz bedrohte Kirche abbrechen ließ und den heutigen Neubau veranlasste. Insgesamt 44 Jahre konnte sich der Schmerlenbacher Konvent bis zur Auflösung 1803 seiner neuen Kirche erfreuen. 1985 erbaute die Diözese Würzburg das Bildungs- und Exerzitienhaus Maria an der Sonne, die Leitung des Hauses mit dem Schwerpunkt religiöser Erwachsenenbildung, sowie die Betreuung der Wallfahrer über Namen Palotina Patris. Die Lindenholzfigur aus der Zeit um 1380 ist eines der frühen Vesper-Bilder, die in Klöstern als Andachtsbilder zur geistlichen Betrachtung in Gebrauch waren. Den Typus der schönen Madonna verkörpert die um 1400 entstandene Tonfigur der Madonna mit Kind. Der Strahlenkranz wurde 1976 hinzugefügt. Im neu geschaffenen Kerzenraum steht ein Sandsteinrelief des 16. Jahrhunderts, Maria im Strahlenkranz. Die Wallfahrtskirche von Hessenthal war als Grablege der Familie Echter von Mespelbrunn von diesem Geschlecht gestiftet worden. Die Gnadenkapelle aus dem Jahre 1454 enthält im Hochaltar eine gotische Pietà, die um 1480 entstanden ist. Gegenüber dem Eingang zur Neuen Kirche befindet sich ein spätgotischer Beweinungsaltar, eine frühe Arbeit von Tilman Riemenschneider, geschaffen um 1490. Mitten im Wald liegt östlich von Obernau die Kapelle Maria Frieden. Das Kirchenschiff und der Vorbau wurden 1920 errichtet. Der heute als Chorraum dienende alte Teil der Kapelle stammt aus dem Jahr 1712. Als Gnadenbild wird eine tönerne Pietà mit Strahlenkranz von 1932 in einem historischen Altaraufsatz im Rokoko-Stil verehrt. Das Kirchenschiff und der Vorbau Sprecherrin Das Kirchenschiff und der Vorbau Untertitelung des ZDF, 2020